Wir haben nie Zuschauer hier. Wir waren jetzt schon zigmal hier. Beim Jungen-Spiel von der FC, da waren die meisten Zuschauer hier. Machst du morgen gar nichts? Ja, ich bin hier noch gut. Ist aber ein Niederrhein. Ist doch auch nix mehr. Superzeit! 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 Superzeit mit dem ist, wenn wir in der Lande mit dem Europa aufnehmen! Superzeit! Superzeit! Applaus Und dann haben wir schon gedacht, ohne Maske dann auch Das Ziel ist dann auch das Ziel Das Ziel ist dann auch das Ziel Richtig! Komm Ende und zieh durch! Jawoll! Gut! Ja gut, du kannst bei Leverkusen früher gehen Dann kannst du nett gucken Ja 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 Der erste Tag in der Rückrunde Der letzte gestern war in der Duisburg-Fahrt Schönes Spiel gegen Dresden Ja, nicht schlecht Kommt! Ja, schade Du musst damit dann bitte Karte bezahlen Ja, nee, kann's machen Ben, da brauchst du noch Ooh Kommt! Kommt! Ja, hier mit! Ja, wow Eine Vorlesung vor den Link schon hat Vierter, der ist drin Das ist schön gespielt. Es kommt auch noch vorbei. Und nun? Der verstolpert an den Ball. Ich kann nicht sehen. Ja, das war eigentlich alles. Weiter mal, Männer! Komm mal, der hat den ganzen Schlick kaputt, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht geht der jetzt auch noch nicht. Und, äh, musst du im Internet, oder? Ja, das ist krass, die gibt es nicht. Aber in den letzten Ligaspielen waren alle aus Fokal. Naja, aber die sind ganz gut dabei. Ja, ja, die spielen in den Tonnen. Fokal war jetzt der Tagesskasse auch. Gegen Hamburg zum Beispiel war auch aus Fokal. Schön. Ah! Ah! Die sind abgestimmt. Ja, die spielen in der Oberliga. Ich hab das in der Oberliga-Bandenberg gesagt. Jetzt! Ah! Ah! Ein Schlick, ein Schlick. Ja, das geht nicht weiter. Ja, das geht nicht weiter. Ja, das geht nicht weiter. Ah! 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 Das war ein schöner Satpfluss. Dich waren doch gar nicht so gut, aber ich hab sofort ruck gezogen. Die Kippe war auch überraschend, eh? Na ja, ja. Na ja. Das ist doch schon gerade gefahren. Das ist doch schon gerade gefahren.